Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserem neuesten YouTube-Video. Ja, da wir ja auf Instagram die magische Zahl der 1000 Abonnenten oder 1000 Knöpfe erreicht haben, habe ich ja versprochen, dass ich dafür für euch ein neues Video erstelle. Das ist jetzt das hier. Und zwar geht es in diesem Video um das Thema Eure Fragen, meine Antworten. Ich habe auf Instagram einiges an Fragen gesammelt, die ihr mir gestellt habt, die ihr gerne beantwortet haben möchtet. Die habe ich jetzt auf verschiedene Karten geschrieben und die gehe ich jetzt mit euch einfach einmal durch. Ja, was ich da vielleicht erst vorweg sagen müsste, wäre, bei mir wird der Jim nicht immer ein Jahr älter am 01.01., sondern dann, wann er wirklich Geburtstag hat. Ja, der Jim wird jetzt am 13.03. dieses Jahr 19 Jahre jung, benimmt sich aber trotzdem immer noch sehr gerne mal wie ein 3- oder 4-jähriger Macho. Ich, oh Gott, ich werde dieses Jahr meine erste 3 vorne haben. Hm, gut. Ich werde am 26.10., also 30. Ja, ich werde alt. Ja, wie groß ist der Herr Knopf? Der Herr Knopf ist 1,70 groß und ich bin 1,70, 1,71. Also ungefähr, ich habe mich schon lange nicht mehr gemessen. In meinem Pass steht lustigerweise, dass ich 1,75 bin, obwohl ich noch nie in meinem Leben 1,75 war und auch nie 1,75 werde, außer wenn ich High Heels anhabe. Nein, den Namen Jim Knopf habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Der Jim hieß schon so. Der heißt auch von Geburt an so. Ich finde den Namen eigentlich total passend und total niedlich, weil ich als Kind auch schon ein Fan der Augsburger Puppenkiste war und auch immer gerne die Abenteuer mit Jim Knopf geguckt habe. Was immer ganz niedlich ist, wenn man jetzt beim Spazierengehen von Eltern mit Kindern angesprochen wird und die Kinder dann fragen, wie er heißt und man dann sagt, Jim Knopf, ist das immer so, oh, wie schön und von dem habe ich eine DVD zu Hause. Also der Name passt, der Name ist ein bisschen verspielt, wie auch der Jim und ich würde meinen Fan auch nicht oben benennen. Von daher, der Name wäre auch nicht geändert worden. Ja, wovor hat der Jim am meisten Angst? Schwierige Frage, weil der Jim sich immer gerne mal anstellt und so tut, als hätte er Angst, obwohl er eigentlich sehr mutig sein kann. Was aber, glaube ich, am meisten ihm Angst macht immer noch, sind Traktoren und Regenschirme. Also Traktoren bessert sich immer mal, kommt auch darauf an, in welcher Situation der Traktor in uns vorbeifährt. Dadurch, dass bei uns am Hof öfter die Traktoren durch die Gegend fahren, klappt es jedes Mal besser. Also wir können auch schon an einem fahrenden Traktor vorbeilaufen, ohne dass er wieder die Bremse reinhaut und nach hinten abhauen will. Regenschirme ist jedes Jahr aufs Neue so eine Sache im Herbst. Ich übe das immer mit ihm und so, wenn ich den Regenschirm in der Hand habe, ist das alles auch gar kein Problem. Aber wehe, eine andere Person kommt mit dem Schirm um die Ecke, dann ist der Jim ganz schnell weg. Ja, der Jim war im Turniersport aktiv. Mit mir selbst nur zwei Turniere, weil ich nie so wirklich der Turnierreiter war und mir das auch nicht wirklich so mega viel Spaß gemacht hat. Der Jim ist vorgestellt worden auf Turnieren bis L-Springen. Ich bin mit ihm eine E-Tressur gegangen und ein E-Springen. Ob er Dressur-mäßig von irgendwem noch vorgestellt worden ist, kann ich leider nicht nachvollziehen. Soweit ich weiß, ist er nur im Springsport vorgestellt worden. Außer die eine Dressur mit mir. Der Jim bekommt dreimal am Tag Futter. Morgens und mittags bekommt er je eine Kelle voll Hafer. Und abends bekommt er eineinhalb Kellen Hafer. Natürlich gibt es dazu dann auch noch Heu, morgens und abends. Und ich fütter ihm immer nach der Arbeit noch was zu. Und zwar bekommt er einmal von mir Reformin. Wobei das Reformin jetzt gerade leer war und ich stattdessen von Marstall gerade einen Eimer Forst da habe. Ich habe nämlich beim Advents-Special einen Eimer gewonnen, wo ein Eimer Forst mit drin war. Das ist dem Reformin sehr ähnlich. Also Reformin ist ja mit Mineralien als Zusatz. Das Forst hat ungefähr die gleichen Eigenschaften. Und dadurch, dass ich ganz gerne ein paar Mineralien zufüttern würde oder möchte, habe ich mich dann dafür entschieden, damals Reformin zufüttern. Jetzt, wie gesagt, habe ich gerade das Forst von Marstall, was ich auch wirklich sehr gut finde, von dem ich auch begeistert bin. Was natürlich schön ist, vorne drauf auf dem Eimer ist Jims bester Kumpel, der Firstie, drauf. Deswegen vielleicht bleibe ich jetzt auch bei dem Forst, wenn das leer ist, dass ich das direkt wieder neu hole. Hinzu bekommt er noch Pellets mit Teufelskralle und Ingwer. Die unterstützen sein kaputtes Sprunggelenk, indem er ja den Spattbefund und den Knorpelschaden hat. Einfach als Unterstützung. Das Ganze mixe ich dann noch ein bisschen mit Müsli auf. Da wechsle ich immer. Momentan habe ich von Siegelhorst das Lieblingsmüsli. Das frisst er soweit auch ganz gut. Mal gucken, ob ich jetzt bei dem bleibe oder ob ich nächstes Mal wieder ein anderes nutze. Sonst bekommt der Jim im Sommer immer gerne noch was von mir, weil er da immer ein bisschen aufgebläht ist. Deswegen habe ich vor drei Jahren angefangen, ihm im Sommer immer Fenchel-Anis-Kümmel-Tee zu geben. Das hilft auch wirklich sehr gut. Ich hatte jetzt aber überlegt, ob ich das dieses Jahr statt Tee direkt als Kräuter ins Futter dazu mische. Weil nämlich das mit dem Teeaufkochen auch immer so ein bisschen Arbeit ist. Und da muss man das natürlich auch wieder ein bisschen abkühlen lassen, wenn es im Sommer zu warm ist. Dass er es auch trinken kann. Ich hatte es eine Zeit lang mal probiert, mit Heukops das aufzuweichen. Das hat er auch super gerne getrunken oder beziehungsweise gegessen. Aber um einfach auch den Arbeitsaufwand für mich ein bisschen geringer zu halten, werde ich das dieses Jahr wohl mit Kräutern einfach mal probieren. Oh, in drei Worten, sehr schwer. Ja, ähm, mein großer Goldschatz oder mein Gymknopf? Oh, da müsste ich jetzt ungefähr im Kopf einmal durchzählen. Also komplette Outfits, die wir kombinieren können mit Bandagen oder Gamaschen, sind es, glaube ich, zwölf. Ungefähr, plus minus. Ja, was hat es mit den Knöpfen auf sich? Ähm, ich finde, das Wort Abonnenten ist irgendwie so nicht schön, es klingt nicht schön und das ist auch so ein bisschen so auf Abstand und ich finde, durch euch lebt meine Seite und deswegen hätte ich ganz gerne einfach einen anderen Namen für das Wort Abonnenten. Ich habe lange überlegt und bis ich dann einfach drauf gekommen bin, ich könnte ja auch Knöpfe sagen statt Abonnenten, weil das passt zu uns, das passt zu unserer Seite und ich finde, das Wort ist sehr niedlich und, ähm, gibt euch auch einen besseren Bezug. Also ich finde, das passt einfach schöner, als wenn ich immer nur sage Abonnenten. Deswegen Knöpfe. Ja, zu Jim gekommen bin ich 2007 im November. Ähm, ich bin früher schon mal bei Jims Vorbesitzer geritten und er hatte immer zu mir gesagt, wenn ich nichts mehr zum Reiten habe, soll ich mich melden, ich kann jederzeit wieder bei ihm was reiten. Ja, und dann war es irgendwann so weit, dass, ähm, ich nichts mehr zum Reiten hatte und, ähm, einfach mal auf gut Glück in den Stall gefahren bin, wo auch die Reitbeteiligung vom Jim da war, beziehungsweise ich dachte, dass das Jims Reitbeteiligung ist. Ähm, der liebe Jürgen hat mir dann aber erstmal erklärt, dass er den Jim gar nicht mehr reitet, sondern jetzt eine andere Stute von dem Besitzer und dass der Jim jetzt sozusagen niemanden hat. Ja, und dann habe ich einfach mal auf gut Glück den Besitzer angerufen und habe gesagt, hey, hier bin ich, ich würde gerne was reiten. Und so habe ich dann am nächsten Tag schon direkt das Probereiten sozusagen gehabt, was jetzt nicht wirklich Probereiten war. Ähm, der Vorbesitzer vom Jim war sehr, sehr locker, er kannte mich schon sehr lange und, ähm, war da total entspannt. Also, er war noch nicht mal da. Er hat einfach gesagt, mach und guck, ob's passt. Ja, und so war ich dann vom ersten Tag an schon auf mich alleine gestellt mit Jim. Ich kannte ihn zwar vorher schon so ein bisschen von Turnieren, aber so ganz alleine mit einem Pferd, was man nicht kennt und dann auch der liebe Jürgen mich vorgewarnt hatte, so, Achtung, der buckelt gerne mal beim Angaloppieren. Ich habe ihn noch nicht mal in einen Galopp bekommen. Ähm, er hat auf meine Hilfe gar nicht reagiert, war so ein typisches Männerpferd und ich habe mich da oben abgerackert und er saß da drauf, oder ich saß da drauf und habe alles probiert und er war so, ne, keine Lust. Aber das hat einfach dann so bei mir Klick gemacht und ich habe mich von vornherein an diesen Tage dieses Pferd verliebt und habe gesagt, den knacke ich, das kriege ich hin und, ähm, das schaffen wir. Ich habe Jim Knopf seit April 2008. Allerdings ist er schon seit November 2007 meine Reitbeteiligung gewesen. Danke für diese Frage, Kati. Ja, wie einige von euch vielleicht wissen, ich bin ja Flugbegleiterin. Ist immer ein bisschen stressig, je nach Dienstplan, das zu organisieren mit dem Gym. Ich habe allerdings eine super tolle Reitbeteiligung, die wirklich sehr flexibel ist und sich immer jeden Monat neu auf meinen Dienstplan einstellt. Und dann habe ich auch noch wunderbare Freunde, die immer helfen, wenn mal irgendwie Not am Mann ist und, ähm, aushelfen können und sich auch dann mit Gym beschäftigen und ich weiß, es funktioniert alles und klappt alles. Ja, den Dienstplan zu beschreiben ist sehr schwer. Ähm, dadurch er wechselt jeden Monat. Also es ist immer ein bisschen anstrengend, weil, ha, alles zu organisieren, kannst du da, kannst du hier. Oder wenn ich mal irgendwie geändert werde, obwohl ich an dem Tag eigentlich selbst zum Gym könnte und dann aber doch noch länger fliegen muss. Aber wie gesagt, ich habe halt super tolle Menschen, auf die ich zurückgreifen kann und die mich unterstützen. Was bei dem Job auch wirklich sehr, sehr wertvoll ist. Ich versuche es einfach mal so ein bisschen zu erklären, wenn ich jetzt zum Beispiel vier Tage unterwegs bin. Heißt, ich starte montags zum Beispiel im Frühdienst, wo ich dann schon um fünf Uhr am Flughafen sein muss. Kann ich auch ab Montag dann nicht mehr zum Gym. Dann bin ich Montag in einer Übernachtung, dann bin ich Dienstag nochmal in einer Übernachtung und Mittwoch nochmal in einer Übernachtung. Heißt, ich bin insgesamt vier Tage on Tour. Hab dann auch abends nicht in Frankfurt frei und zu Hause, sondern immer in irgendwelchen anderen Städten quer durch Europa verteilt. Heißt, dann kann ich auch leider gar nicht mehr zum Gym. Wenn ich dann aber vom Frühdienst zurückkomme am vierten Tag, das ist dann immer unterschiedlich, mal gegen elf, vielleicht auch mal erst gegen drei, schaffe ich es eigentlich meistens auch immer noch zum Pferd zu gehen. Wobei ich dann meistens nicht mehr reite, weil wenn ich morgens um drei oder um vier aufgestanden bin, bin ich so müde, wenn ich dann von meinen ganzen Flügen zurückkomme, dass ich dann meistens nur noch entspannt was mache. Also laufen lassen, spazieren gehen, longieren oder Laufband. Reiten tue ich dann nur, wenn ich wirklich einen richtig guten Tag habe, richtig aktiv bin noch und noch voller Energie, was nicht sehr oft vorkommt nach dem Fliegen. Ich habe es ein paar Mal probiert, aber Reiten ist dann wirklich nicht wirklich, ja, es bringt mir nichts und es bringt dem Gym nichts, weil ich oben drauf sitze und wirklich viel zu müde bin. Dann gibt es noch die Version, dass ich im Spätdienst bin. Ich nehme jetzt einfach wieder das Vier-Tages-Beispiel. Also es kann auch mal sein, dass ich nur drei Tage unterwegs bin. Es kann auch sein, dass ich fünf Tage Dienst habe. Das wechselt halt wirklich immer. Wenn ich im Spätdienst bin, heißt es, ich starte montags erst um 15 Uhr, bin ich immer morgens noch im Stall, mache den Gym dann fertig. Dafür kann ich dann aber in der Regel am letzten Tag, wenn ich wieder nach Hause komme, nicht mehr zum Gym, weil ich dann auch manchmal erst gegen halb elf lande oder zu Hause bin und dann der Stall auch leider schon zu hat. Manchmal gibt es auch die Tage von sogenannten Stationsdiensten. Das heißt, ich starte von meiner Homebase, fliege Florenz hin und her und dann vielleicht nochmal Linz hin und her und ende dann wieder in Frankfurt und kann dann auch wieder nach Hause. Das sind natürlich Tage, die sehr schön und angenehm sind, weil ich dann immer noch zum Gym kann, wenn ich nicht den späten Dienst dafür kriege und an denen ich dann auch zu Hause schlafe und meistens dann auch am nächsten Tag erst wieder spät rausgehe und dann halt selbst noch zum Gym kann. Ja, vom Gym bin ich auch schon runtergefallen, allerdings erst dreimal. Nie wirklich schlimme Dinge. Also zweimal hat er mich abgebuckelt und einmal hat er sich im Gelände erschreckt, wo ich gerade in einer Drehbewegung war, wo ich dann einfach so vorne über den Hals drüber abgeflogen bin, weil er abgebremst hat. Also nichts Schlimmes. Mein schlimmster Reitunfall bisher war auch nicht auf Gym. Da war ich mit einem Pferd im Gelände, was nicht so wirklich geländesicher war, mit einer Freundin zusammen. Ich bin im Schritt vorweg geritten und das Pferd hat sich, ich weiß nicht vor was, vor irgendetwas erschreckt und hat Panik gekriegt und ist rückwärts gerannt und ist über seine eigenen Beine dabei gestolpert und ist auf die Seite geflatscht und ist halt einmal auf mir drauf gelandet. Ich habe dafür wirklich, also ich hatte sehr viel Glück, ich hatte nur ein paar Schürfwunden und einen blauen Fleck. Meine Freundin hat sich mit ihrem Pferd, die hinter uns war, auch leider hingelegt. Sie hatte dann so am Ellbogen hier so eine richtig hohe Delle, aber beide Pferde haben zum Glück nichts Schlimmes gehabt. Also die Stute meiner Freundin hatte einen leichten Kratzer am Bein, wo sie so ein bisschen am Stein sich aufgeschifft hatte, aber sonst war nichts passiert. Es war halt nur, dass wir, also meine Seite hier war halt alles so offen und aufgeschifft, aber es war jetzt nicht so schlimm, dass wir hätten ins Krankenhaus gemusst. Das war bisher so das Schlimmste, was mir beim Reiten passiert ist. Also ich bin wirklich verschont geblieben von schweren Unfällen, von Stürzen, hatte noch nie wirklich, wirklich schlimme Sachen. Also ich weiß, dass ich als Kind auch einmal vom Pferd gefallen bin und wohl auf dem Rücken gelandet bin und dann überall auf dem Rücken wie so Spinnenwebenmuster blaue Linien hatte. Aber dass ich jetzt was wirklich Schlimmes hatte, toi, 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 da bin ich von verschont geblieben. Ja, springen. Also wir sind ja eigentlich ein Springpaar und sind auch, als wir noch aktiv springen konnten und durften bis zur Höhe M gekommen. Dürfen jetzt ja allerdings leider nicht mehr springen wegen seinem Knorpelschaden und dem Spattbefund. Wobei es erlaubt ist, dass wir einmal im Monat ein paar Cavalettis hüpfen. Das versuche ich auch immer zu machen, weil ich merke, dass der Gym wirklich sehr, sehr viel Spaß dabei hat und total aufgeht und sich drüber freut. Das heißt, einmal im Monat haben wir unseren Hüpftag, wo wir so drei, vier, fünf Mal über einen Cavaletti drüber hüpfen. Dass der Gym einfach den Spaß nicht dran verliert. Schwere Frage. Ich liebe sehr, sehr viele Farben beim Gym. Eine meiner Lieblingsfarben ist definitiv die Ice Blue. Die Walnuss mag ich auch sehr gerne oder Walnut von Eskatron. Ja, und sonst finde ich noch die Platinum wirklich sehr, sehr schön in Anthrazit aus der letzten Platinum Edition. Aber ich mag auch gerne ein paar knalligere Farben. Ich habe ein schönes Grün für ihn. Ich habe verschiedene Farben, die mir sehr gut für ihn gefallen. Aber Lieblingsfarben sind wirklich die Walnut, die Ice Blue und die Anthrazit Platinum. Definitiv ja. Also ich liebe Eskatron. Die haben wunderschöne Farben, wobei ich mit den neuen jetzt noch nicht mich so ganz anfreunden kann. Mal gucken, ob ich davon überhaupt was bestelle. Aber sonst definitiv ja. Also ich finde, die Cottons sind ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Die sind schöne Farben, tolle Qualität. Die halten bei mir wirklich Bombe. Und das für noch nicht mal 30 Euro finde ich echt top. Ich habe insgesamt sieben Schabracken von Eskatron. Ich habe die Blue Brilliant. Ich habe die Ice Blue Cotton. Ich habe die Cotton Stone. Ich habe die Cotton Petrol. Ich habe die Cotton Walnut. Ich habe eine alte Bordeaux- habende Schabracke von Eskatron. Und ich habe eine Platinum- etische in Anthrazit. Wobei das ja noch definitiv nicht genug sind. Also kann man überhaupt genug Schabracken haben? Mein Lieblings-Set? Ja, ich habe ja eben schon gesagt, was ich eigentlich an Farben besonders gerne mag. Mein absolutes Lieblings-Set schwankt immer von Tagesstimmung ab. Manchmal habe ich total gerne einfach das Ice Blue. Am nächsten Tag mag ich es lieber ein bisschen dunkler mit der Walnut. Und also, ja, Walnut, Platinum und Ice Blue sind schon wirklich meine Lieblings-Outfits. Reiten gelernt habe ich mit 8. Also reiten gelernt habe ich mit 8. Das heißt, vor 22 Jahren. Oh Gott, ich werde echt alt. Reiten gelernt habe ich im Rollwald auf dem Katharinenhof. Das ist der Stall vom Richard Murmann, falls ihn einige vielleicht kennen. Mein damaliger Reitlehrer hieß Herr Daus. Wirklich ein Top-Reitlehrer. Und reiten gelernt habe ich auf dem Schimmelwallach-Wilddieb meine erste große Pferdeliebe. Was ich da noch vielleicht dazu erwähnen kann, der Stall vom Ritchie ist der Stall, wo auch der Jim mal gestanden hat, weil er nämlich eher der Vor-Vorbesitzer vom Gym ist. Ja, ich glaube, zum Reiten gekommen bin ich wie jedes kleine Mädchen. Ich war ein totaler Pferde-Fan. Ich habe die Wendy-Zeitung abonniert gehabt. Ich habe alles mit Pferden gehabt. Schleichpferde, Barbie-Pferde, Playmobil-Pferde. Alles. Und als ich dann acht war, durfte ich dann auch endlich anfangen zu reiten. Ich komme nicht aus einer Reiterfamilie. Das heißt, vor mir, meine Eltern sind auch beide nicht geritten. Meine Mama hat allerdings dann ungefähr, als ich schon zwei Jahre geritten bin, auch angefangen mit Reiten. Sogar auf demselben Pferd wie ich. Nein, Turniere reite ich nicht. Zumindest nicht mehr aktiv. Ich bin ein paar Mal Turniere gestartet. Allerdings bin ich absolut kein Turnierreiter. Mir ist das zu viel Stress vorher. Immer alles fertig machen, alles putzen, einflechten und dann da hinfahren, früh aufstehen und ist alles nicht meins. Also ich bin unheimlich gerne als TT dabei und helfe und unterstütze, aber für mich selbst habe ich irgendwie nie so den Spaß daran gefunden. Mit dem Gym bin ich ja, wie vorhin auch schon erwähnt, zwei Turniere gegangen. Einmal eine E-Tressur und einmal eine E-Springen. Wollte es mal einfach so, einfach mal ein Turnier gehen mit dem eigenen Pferd und mal gucken, wie das so ist. Ein bisschen Turnierluft wieder schnuppern. Und vorher bin ich ein paar Mal eine Dressur geritten oder einen Reiterwettbewerb und hatte auch schon eine erste E-Vielseitigkeit bestritten. Aber es war halt leider nie so wirklich meins. Deswegen bin ich kein aktiver Freizeit. Kein aktiver Freizeit. Kein aktiver Turnierreiter natürlich. Nein, der Gym ist nicht mein erstes eigenes Pferd. Ich hatte vor ihm schon für kurze Zeit eine kleine Ponystute. Smart Little Lisa hieß sie und war eine Checkponystute mit blauen Augen. War eigentlich damals alles das, was ich nicht haben wollte. Stute, Pony, gescheckt. Und alterlich war sie sie war ein liebes Pony. Sie hat alles mitgemacht. Sie war im Gelände auch ganz süß. Aber war einfach nicht so mein Fall, dass es wirklich hundertprozentig gepasst hat. Die ging dann auch relativ schnell wieder zurück zum Vorbesitzer. Da gab es dann noch so ein paar kleine Hintergeschichten, auf die ich vielleicht irgendwann nochmal näher eingehe. aber jetzt erst mal das so stehen lasse. Ja, mein Traumpferd würde ich schon sagen ist definitiv der Gym. Ich hatte als Kind so eine kleine Figur von einem Pferd, wo ich immer gesagt habe, wenn ich groß bin, wird mein Pferd so aussehen wie diese Figur. Die Figur habe ich jetzt leider nicht gefunden. Die steckt irgendwo im Keller in irgendeiner Kiste. Allerdings sah sie oder sieht sie genauso aus wie der Gym. Weswegen ich schon sagen würde, der Gym ist wirklich mein Traumpferd. Er könnte vielleicht noch so ein Stückchen größer sein. Aber sonst ist er wirklich absolut perfekt für mich. Er macht alles mit mir mit. Er muntert mich auf, wenn es mir schlecht geht. Er ist einfach mein Seelenpferd. Ja, um ehrlich zu sein, bin ich früher eine ganze Zeit lang auch immer ohne Helm geritten, weil das ja die coolen Reiter so gemacht haben. Wo ich allerdings eigentlich immer einen Helm aufhabe oder hatte, war beim Springen, weil da einfach schon die Gefahr dann etwas höher für mich war, als wenn ich so normal auf dem Platz reite. Im Gelände hatte ich auch des Öfteren mal einen an, allerdings nicht immer. Wo ich immer einen an hatte, war, wenn ich auf einer Vielseitigkeitsstrecke war. Ja, und seitdem ich jetzt meinen tollen U-Wex-Helm habe, reite ich nur noch mit Helm. Also seit einem Jahr bin ich wirklich unter die totalen Helmreiter gegangen. Also ich setze mich auch nicht nur mal so kurz ohne Helm drauf. Ich reite wirklich nur noch mit Helm. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, weil es kann wirklich sehr, sehr viel schief gehen. und wissen alle, dass das nicht so gut enden kann. Deswegen Kopfschützen und immer an den Helm denken. Meine Lieblingssattelmarke. Oh, schwer. Momentan würde ich sagen, ist das doch definitiv Prestige. Allerdings selbst habe ich keinen richtigen Prestigesattel. Ich habe den Grande CS Spezial von Steiper. Der wird, also ich habe verschiedene Geschichten zu diesem Sattel gehört, kann es allerdings nicht komplett nachvollziehen, obwohl mir das Internet auch nicht wirklich was dazu ausspuckt. Gehört habe ich, dass dieser Sattel in Italien von Prestige hergestellt wird und angeblich wohl auch dort unter einem anderen Modellnamen von Prestige vertrieben wird. Und in Deutschland wird er einfach von Steiper. hergestellt und also nicht hergestellt von, in Deutschland wird er von Steiper vertrieben. Man sieht auch an seiner Form, dass es ein Prestigesattel ist. Allerdings, wie gesagt, ich kann nicht wirklich was dazu sagen, warum der hier so in Deutschland nicht unter Prestige läuft. Das ist nur das, was ich gehört habe. Ob das stimmt, weiß ich leider nicht. Falls ihr da irgendwelche anderen Infos zu habt, immer gerne her damit. Ich habe den Sattel von meiner besten Freundin übernommen. das ist der Sattel von ihrer alten Dressurstute. Ja, die ist leider im Regenbogenland. Leise, wir denken an dich. Ja, und dann, als ich damals gehört habe, dass ich nicht mehr springen darf, hieß es halt, ja gut, dann kann ich ja auch alles, was ich so an Sattel habe, weggeben. Und bin dann halt zu dem Dressursattel von meiner besten Freundin gekommen. Für mich als Springreiter ist es ein wirklich sehr, sehr schöner und bequemer Dressursattel. Ich habe ihn auch noch nicht so wirklich oft bei anderen Leuten gesehen und er hat auch wirklich die Prestigequalität und das Prestigeleder und ich bin wirklich super zufrieden mit ihm. Mein nächster Sattel oder beziehungsweise Zweitsattel sollte aber schon gerne wieder ein Springsattel werden. Allerdings durch die Hochzeit sind jetzt meine Sparmaßnahmen erstmal auf Hochzeitskleid und Schuhe und das Ganze drumherum. Weswegen jetzt der Sattel erstmal wieder so ein Stückchen nach hinten gerutscht ist. Aber irgendwann hätte ich doch ganz gerne wieder einen Springsattel. Am liebsten in dunkelbraun und auch einen Prestige mit der weißen Spitze. Welches Modell genau, weiß ich noch nicht so ganz, weil es zwei gibt, die mir sehr gut gefallen. Mal gucken. Irgendwann habe ich aber auch wieder einen braunen Springsattel. Eigentlich eine gar nicht so leichte Frage. Natürlich würde ich lieber ein Jahr ohne Handy leben, dafür aber mein Pferd haben. Wobei ich aber auch, wenn ich ein Jahr lang kein Handy hätte, keine schönen Bilder so mal für euch schießen könnte und das schnell online stellen könnte, weil das dann alles ein bisschen komplizierter wäre. Erstmal mit der Kamera in den Stall und dann Akku aufladen von dieser Kamera und dann Bilder machen und die auf den PC ziehen und die dann da vielleicht noch nachbearbeiten. Deswegen mit dem Handy ist es schon um einiges leichter, aber ich würde definitiv lieber ein Jahr ohne Handy auskommen als ohne Pferd. Wie bin ich darauf gekommen? Ich habe vor ungefähr drei Jahren angefangen für meine Hasen auf Facebook eine Seite zu betreiben, die Mamfinis, falls sie einer vielleicht kennt. Das hat echt viel Spaß gemacht und macht mir auch weiterhin immer noch sehr viel Spaß und irgendwann war halt einfach der Punkt wo ich gedacht habe immer nur über die Hasen, der Jim hat doch auch so viele tolle Sachen zu erzählen. Ja und dann habe ich jetzt vor kurzem Jims Facebook Seite eröffnet, habe dann kurz darauf Instagram für ihn erstellt, was ja wirklich gerade total am Durchboomen ist, dafür danke ich euch auch. den YouTube Kanal habe ich eigentlich nur erstellt, weil viele von euch mich gefragt haben oder darum gebeten haben, dass ich Videos poste, dass ich für euch ein Follow Me Around drehe. Deswegen habe ich diesen YouTube Kanal erstellt, wobei YouTube mich echt wahnsinnig gemacht hat beim Account erstellen und mit diesem Google Mail und weiß ich nicht, was man da alles aktivieren muss und es war am Anfang ein riesiges Chaos und ich dachte nur oh Gott ich werde diese Seite nie nutzen wenn man denn dann mal alles einmal erstellt hat und einfach nur noch die Videos hochladen kann ist die Seite soweit echt okay wenn man nicht so wirklich tief in die Einstellung noch so rein möchte von daher komme ich damit jetzt auch ganz gut zurecht Ja das war mein Fragen und Antwort Video ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe ihr hattet Spaß ich hoffe ich konnte euch echt vieles beantworten ein paar Fragen habe ich rausgenommen weil sie sich wirklich sonst überschnitten hätten oder gedoppelt wären oder vom Sinn her dasselbe gefragt worden ist deswegen habe ich einfach ein paar zusammengefasst ja ich hoffe ihr seid jetzt gut informiert über uns ich freue mich wie gesagt tierisch dass es gerade immer immer mehr Knöpfe werden ich danke euch dass es jetzt schon in der kurzen Zeit es macht wirklich super viel Spaß für euch Bilder zu posten eure Kommentare zu lesen ich freue mich über jedes Like auf jedem Bild ja und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Video Tschüss